Moin Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video, das sind Sommerferien, also fangen wir mal weg und zwar nach Vietnam, es wird eine schöne Reihe von Videos geben, und ich nehme euch mal mit. Als erstes müssen wir zum Hamburger Flughafen natürlich, denn mit was sollen wir sonst nach Vietnam kommen? Auf jeden Fall geht das ganz einfach, erstmal bis zum Hauptbahnhof und dann einfach mit der S1 und ja, nach etwa 25 Minuten ist man dann am Flughafen. Das erste was wir machen ist zum Check-In, ja, dauert ein bisschen hier, dann ganz schnell durch das Security Control und natürlich durch die Passkontrolle und ja, hier ist unsere Maschine und zuerst geht es nach Dubai, wo wir dann umsteigen werden. Hallo. 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 So for you we are going to go to the first. Hallo! Vielen Dank, willkommen. Danke. Fast-Light. Vielen Dank. Ja, wir sind jetzt schon in der Luft und ich dachte mir, wir sprechen mal eine Runde Golf. Keine Ahnung, ob ich gut bin, aber wir werden es sehen. Ja, keine Ahnung, was ich hier überhaupt mache. Hui, ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Keine Ahnung, schreibt es in die Kommentare. Und sehr gutes, naja, nicht sehr gut, aber gutes Essen. Und was ich bei Emeralds sehr toll finde, ist dieser Sternenhimmel. Ja, sieht sehr fresh aus. Oh mein Gott! Wow! Ja, noch ein bisschen Eiscreme bevor wir landen und natürlich Werbung. Ja, und dann landen wir gleich an unserem Zwischenstopp in Dubai. Ja, ich kann mich aufgeben. Frau Katrin, ich kann mich aufverstehen. Ja, ich kann mich überreden. Ja, ich bin mal schauen. Ja, ich kann michein machen. Ja, ich kann mich nicht. Ja, willkommen in Dubai-Verisung. Hier, Trends haben wir einfach nun und, ja, nächster Flug geht um 3.30 Uhr von Gate A17, wie man sehen kann, nach Hanoi. Ja, die haben hier auch aus der Grund einen Wasserfall im Flughafen, sieht auf jeden Fall fresh aus. Und wir müssen, um zu unserem Gate zu gelangen, den Zug, würde ich mal das einnehmen. Und nach einer kurzen Fahrt sind wir dann auch da. Und nach einer kurzen Fahrt sind wir dann auch da. Das war's für heute. Bevor wir abheben, hier noch ein Blick auf diesen schönen Big Boy Airbus A380. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, wir bekommen hier noch einen kleinen Snack, eine kleine Pizza, und dann gehe ich jetzt erstmal kennen und bis morgen. Moin! Ja, wie ihr sehen könnt, es ist hell und wir landen auch gleich in Hanoi. Ja, war eine ziemlich entspannte Weise und ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich dann auch. Es folgen dann noch ein paar Impressionen von Hanoi und dann geht's im nächsten Video weiter mit den Sommervlogs. Ja, abonniert gerne und lasst gerne Like und ein Kommentar da und ja, schönen Tag noch. Danke für die zu fangen, Emirates, ich bin froh, 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 zu sehen Sie wieder. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.